willkommen zurück zu einer neuen folge shadows 2 perfidia so wollen wir mal gucken alles nichts ganz verarschen da ernsthaft secret item v und das ist schon sehr gut ich weiß nicht für was sie gut sind aber egal so fasst du fahrstuhl was war der der auf dem klo war och ne jetzt muss ich zum klo zurück ernsthaft mal keine zahnpasta was zum die folge geht ja schon mal richtig los aber wir waren auch vorhin nur drei hey fuck 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 Okay Du willst mich doch jetzt verarschen, ich habe wieder keine Batterien Hmm Hmm Ja Wo muss ich mich verstecken, ich weiß es nicht Ja 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 Wo muss ich mich bitte schön verstecken Ja 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 Ich werde grad wo muss ich mich dort verstecken Kann ja nur hier irgendwo sein, denn da hinten weiß ich nicht. Okay, da komme ich dann nicht mehr lang, schön. Ja. Hmm. So, dann müssen wir mal ganz kurz wieder unseren Herzschlag beruhigen. So, das heißt, ich kann dann nur hier hinter irgendwo rennen. Ne, warte mal, warte mal, die Tür ist ja dann zu. Ich kann dann nur hier irgendwo hinrennen. Okay. 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 Ich habe den Schatten gesehen. Irgendwas passiert doch gleich. Das Blut. Wow, hier ist ein Schlüssel. Es wird nicht besser. Es wird nicht besser. Es wird nicht besser. Äh, okay. Lass mich rein. Das war's aber mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr einen Daumen nach oben da habt, lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt gespannt und genießt den Tag. Bye, bye. ARD Text im Auftrag von Funk